Die Flächenverschneidung, englisch Polygon Overlay, ist die wichtigste und bekannteste GIS-Analyse-Methode zur Gewinnung neuer Informationen. Das heißt, Informationen, die in dieser Form im gültigen Datenbestand vor der Flächenverschneidung nicht vorhanden waren. Die Flächenverschneidung muss als Minimalanforderung an die Analysefunktion eines GIS verstanden werden. Als Prozess überlagert sie zwei Eingangsdatenmengen A und B geometrisch, um eine neue Ausgangsdatenmenge C zu erzeugen. C beinhaltet Informationen beider Eingangsdatenmengen. Dabei werden neben der geometrischen Verschneidung auch Sachtdaten von den Eingangsobjekten zu den erzeugten Objekten übertragen. Im Beispiel betrachten wir einmal die Verschneidung von zwei Objektklassen im Polygon, also die Verschneidung Fläche mit Fläche. Die Eingangsdatenmenge Objektklasse A, insgesamt vier flächenhafte Objekte, auch Polygone genannt, wird gebildet aus zehn umringenden Geradenstücken. Sie stellt die Eigentumsverhältnisse eines Ausnets der realen Welt dar. Müller besitzt zum Beispiel die Flächenmitte Nummer 1, die 6,45 Quadratkilometer groß ist. Die Eingangsdatenmenge Objektklasse B, ebenfalls vier Objekte von 14 Geradenstücken umringt, beschreibt die tatsächliche Nutzung an dieser Stelle. Also Flächen klassifiziert nach ihrer agrarischen Nutzung. Auf Fläche 4 befindet sich zum Beispiel ein Acker. Das Ergebnis der Flächenverschneidung, die Ausgangsmenge Objektklasse C, enthält dann die Aussage, welche agrarische Nutzung auf welchem Flurstück anzutreffen ist. Eine Information, die vorher so nicht vorhanden war. Die Flächenverschneidung lässt sich in einem geometrischen Part zur Bildung der Schnittpolygone und eine Mengenoperation der Zuordnung der Attribute an die neu entstandenen Polygone aufteilen. Schritt 1 besteht darin, alle möglichen Schnitte der Geradenstücke in beiden Polygonmengen zu bilden. Dies ist der zeitintensivste Schritt. Es muss jede Gerade des einen Datensatzes mit allen Geraden des anderen Datensatzes verglichen werden. Also n mal m minus 1 halbe Schnitte gebildet werden. Diese schneidenden Geradenstücke werden an den entstehenden Schnittpunkten unterteilt. Das Ergebnis dieses Schrittes ist dann eine Liste aller vorhandenen und neu gebildeten Punkte sowie der vorhandenen und neu gebildeten Geradenstücke. Es gibt dann also keinen weiteren Schnitt mehr zwischen den Polygonseiten. Wir starten mit der ersten Kante im blauen Polygon-Set und vergleichen diese mit allen Seiten des roten Polygon-Satzes. Die erste Seite überdeckt diese komplett und wird somit in die Ergebnismenge übertragen. Auch die zweite Seite überlagert sich mit dem Rand der Polygon-Menge und wird übernommen. Dies gilt ebenso für die beiden weiteren Seiten des Randes. Die nächste blaue Seite schneidet nun eine rote Polygon-Seite. Der Schnittpunkt wird berechnet und die blaue Seite aufgeteilt in zwei Geradenstücke, die übertragen werden. Auch die nächste blaue Seite schneidet wieder eine rote Polygon-Seite und wird am Schnittpunkt in zwei Geradenstücke aufgeteilt, die in die Ergebnismenge überführt werden. Die weiteren Seiten schauen wir uns in einer Animation an. Analog werden nun alle roten Seiten gegen Schnitte mit den blauen Seiten getestet. Die erste betrachtete rote Seite teilt die blaue Randseite in zwei Geradenstücke und dies läuft dann analog für alle roten weiteren Linien ab. Die nächste rote Seite erzeugt zwar keinen Schnitt, sie bleibt aber als Polygon-Seite komplett erhalten. Mit der Prüfung der letzten roten Seite, die wiederum eine blaue Kante aufsplittet, sind alle Geradenstücke berücksichtigt und die Ergebnismenge aller verschnittenen Seiten gebildet. Der erste Schritt des geometrischen Parts ist damit abgeschlossen. Im zweiten geometrischen Schritt werden nun Polygone unter Nutzung aller Geradenstücke in der Ergebnismenge formiert. Die einzelnen Seiten werden der Gestalt verbunden, dass geschlossene Polygone entstehen. Hierzu startet man mit einem Geradenstück am Anfangspunkt und untersucht am Endpunkt dieser Seite, welche Geradenstücke diesen Endpunkt teilen. Nun wandert man entweder entlang des kleinsten Innenwinkels oder größten Außenwinkels am nächsten Stück weiter, solange bis man wieder zum Anfangspunkt zurückgelangt ist. Die erste Fläche ist damit gebildet. Dies setzt man nun mit einem beliebigen Geradenstück fort und hängt Seiten aneinander, bis wieder eine Fläche gebildet wird. Der Prozess läuft so lange, bis alle Geradenstücke genau zweimal zur Bildung einer Fläche beigetragen haben, denn eine Kante trennt ja genau eine linke Fläche von einer rechten Fläche. Obwohl es nun so aussieht, als ob alle Flächen vorliegen, sind wir noch nicht fertig. Denn die Randseiten sind alle bisher erst einmal genutzt. Also müssen wir die Randseiten ebenfalls miteinander verbinden und bilden so die imaginäre Außenfläche. Das Ergebnis ist damit eine Liste geschlossener Polygone, nämlich aller Polygone, die aus der Verschneidung resultieren können. Dies sind in unserem Beispiel zwölf. Die geometrischen Schritte sind beendet und es geht nun an die Attribut-Zuordnung an die neu gebildeten Flächen. Jedes Ergebnis-Polygon wird auf den Schnitt von zwei Eingabe-Polygonen geprüft. Hierbei werden Teilflächen der einen oder anderen Eingangsdatenmenge identifiziert, die nicht innerhalb der anderen Eingangsmenge liegen. Jedes Ergebnis-Polygon hat zwei Eingangs-Polygone, die es formen. Als einzige Ausnahmedenkbar ist der Fall, dass sich die Eingangsdaten nicht schneiden. An das neu gebildete Polygon wird dann die Sachinformation aus den beiden Eingangs-Polygonen übertragen. Die Attribut-Übertragung kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Beim Join übertragen wir die Attribute beider Polygonenmengen an die entstandenen Teil-Polygone. Schauen wir uns einmal das neue Polygon 1 an. Dies entsteht aus einem Stück des blauen Polygons 1 und erhält somit von dort den Eigentümer Müller. Und gleichermaßen trägt das rote Polygon 2 bei, sodass die Landnutzung Prache übernommen wird. Beim Relate oder Link setzen wir hingegen nur Verweise auf die Originalattribute. Hier speichern wir also nur die Verweise zum Eigentümer Müller und zur landwirtschaftlichen Nutzung Prache. Der Join empfiehlt sich also, wenn die Ausgangsdaten sich eher nicht mehr ändern. Der Verweis hingegen, wenn sich die Ausgangsattribute häufig ändern. Und der Join ist natürlich speicherintensiver als das Relate oder Link. Die Fläche 12, die imaginäre Außenfläche, können wir nun auch weglassen, da sie keinerlei Attribute der Eingangsdaten trägt. Damit sind wir dann am Ende auch der Attributübertragung angekommen und die Flächenverschneidung ist vollführt. Zu beachten ist aber noch, dass die Flächen der neuen Polygone nun auch neu berechnet werden müssen, da die aus der blauen und roten Objektklasse übernommenen Flächen ja die Originalflächen in ihrer Größe angeben. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock. Untertitelung des ZDF für funk, 2017